Die Die Explorer getroffen! Explorer, hört sie mich! No! Explorer, kommen! Explorer! Astronaut vom Schatten gesetzt! Dr. Stone ist vom Schatten gesetzt! Dr. Stone, auf geht's! Hören Sie, Sie müssen sich ausklinken! Sonst drängt der Augen mich zu weit raus! Hören Sie mich, Sie müssen sich konzentrieren! Ich verliere gleich Lichtkontakt! In ein paar Sekunden kann ich sie nicht mehr aufhören! Sie müssen sich ausklinken! Ich kann sie nicht mehr sehen! Flinken Sie sich aus! Ich muss mich aufhören! Ich muss mich aufhören! Hören Sie mich! Ja, ja, ich höre, ich bin aufgedreht! Ihre Position! Ich, ich, ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Ich drehe mich zu schnell! Ich kann nicht mehr! Gehen Sie mir in Ihre Position! Es geht nicht! Es geht nicht! Es geht nicht! Ich kann nicht mehr! Was sehen Sie? Habe ich doch gesagt! Ich sehe nichts! Können Sie die Explorer sehen? Nein! Sehen Sie die ISS? Nein! Sie müssen sich konzentrieren! Ganz egal, was komme! Erde! Ich kriege keine Luft! Ich kriege keine Luft! Dr. Stone, hören Sie sich? Sie atmen so hektisch! Sie verbrauchen zu viel Sauerstoff und das wollen wir nicht! Nein! 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 Wo ist Ihr Zuhause, Dr. Stone? Nexeric Illini. Gibt es da unten jemanden, der an Sie denkt, wenn er nach oben schaut? Ich hatte eine Tochter. Ein kleines Mülkchen mit braunen Haaren. Sagt ihr, dass ich nicht aufgebe! Sagt ihr, dass ich nicht aufgebe. ARD Text im Auftrag von Funk